freunde was geht ab neue folge timo talks heute mit eurer frage wie war dein erstes live konzert und wo war das also tatsächlich das erste mal auf einer bühne stand ich in der grundschule vierte klasse schule musical und ich habe ein erdmännchen gespielt ich musste auch singen ich weiß noch bei der generalprobe habe ich einfach geheult weil ich hatte so krass angst davor dann das erste mal auf so einer richtigen bühne als gast war ich bei alexander knappe war ich auch ultra aufgeregt er ist einfach ein krasse performer und ich war ein bisschen unsicher aber mein aller erstes live konzert wo ich eine show gemacht habe sozusagen eine support show war mit sdp 2022 erst im zenith in münchen da waren ungefähr 6000 leute vincent und dark meint zu mir das ist die kleinste location die wir haben ich bin so aufgeregt gewesen und es war so eine geile erfahrung falls ihr bock habt mal auf ein konzert zu kommen checkt einfach bei insta oder tik tok wo auch immer mal immer mein feed ab da poste ich das auf jeden fall wo ich spiele und ja habt einen schönen tag bis